Gemüsesaft. Gemüsesaft ist ein Saft, der zu 100% aus Gemüse besteht. Es gibt Gemüsesaft im Unterschied zu Obstsaft. Obstsäfte sind typischerweise süßer als Gemüsesäfte. Gemüsesäfte gibt es von einzelnen Gemüsen oder auch als Mischung. Besonders beliebt im deutschen Sprachraum ist der Karottensaft. Der Karottensaft hat auch einen etwas höheren Kohlehydratanteil, ist deshalb sehr geeignet zum Fasten. Es gibt verschiedene Formen von Gemüsesaft. Am besten ist natürlich der frische Gemüsesaft, den du direkt mit einem Entsafter oder einem Saftpresse gewinnst, bevor du ihn trinkst. Dann gibt es auch noch Milchsäure, vergorene Gemüsesäfte und dann gibt es pasteurisierte Gemüsesäfte, um sie eben haltbar zu machen. Gemüsesäfte sind reich an sekundären Pflanzenstoffen. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralien. Und gerade frische Gemüsensäfte haben sehr viel Prana, sehr viel Lebensenergie, weshalb sie gerade beim Fasten besonders hilfreich wirken. Allerdings sollte man auch nicht nur von Gemüsesäften leben bzw. seinen Gemüsebedarf nur durch Gemüsesäfte decken, denn auch die anderen Teile der Pflanze sind wertvoll. Von einem Vollwerttheorie aus gesehen sind Gemüsesäfte nicht vollwertig und deshalb für die tägliche Ernährung auch nicht geeignet. Wenn man eine leichtere Form der Aufnahme von Gemüse haben will, dann sind die Smoothies besser geeignet, wo die ganze Pflanze drin ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.